hallo liebe zielgruppe zu einem neuen video hier auf unserem kanal kreuzfahrt bulli und es geht wieder nicht um den bulli deshalb eigentlich kreuzfahrt camper denn es geht hier um den weinsberg pepper und was genau sagen wir euch nach dem intro in unserem heutigen video wird es wieder total technisch werden deshalb mache ich nur das intro weil sonst hört es bei mir völlig auf und zwar geht es heute um das pioneer abeg evo 1 das ist standardmäßig wohl verbaut im weinsberg pepper so haben wir zumindest auf der internetseite von weinsberg gelesen man hat ein karten update für drei jahre mit dabei das heißt es hat wohl ein navigationsgerät wohl on board inklusive camping und was das ding alles kann ja das erklärt euch stefan wie wie sagt ich null plan ja wollen wir mal dazu starten das navigations und radiosystem multimediasystem was hier beim weinsberg mit drin ist man sieht jetzt schon wir haben ja geräte apple das heißt apple carplay können wir hier nutzen mirror link oder sowas wie das bei android heißt müsste es auch funktionieren das sollte kein problem sein also diese funktion hat auch dieses radio wir können ja einmal durchgehen was er sozusagen hat auf der home seite haben wir natürlich gleich oben links das apple carplay dann haben wir darunter navigation wir haben darunter dann radio varianten dann gibt es gegebenenfalls ein dvd player der hier nicht verbaut ist den kann man aber dazu erwerben da haben wir noch musik archiv wir haben ein av eingang wir haben telefon und zum guter letzt haben wir natürlich noch das radio ganz oben rechts haben wir noch die einstellungen radio fangen wir mal einfach mit dem an weil ich denke mal das ist das wichtigste auch für für unterwegs was wir jetzt hier haben ist wir haben das fm und die mittelwelle also das heißt beide varianten funktionieren wir haben aber auch noch jetzt muss ich nur einmal ganz kurz gucken worüber das war digitales radio genau also das heißt dhb dhb plus ist das ganze hier das haben wir hier auch noch mit drin es gibt verschiedene sender die halt über dhb plus dementsprechend erreichbar sind also das heißt nicht nur über funk sondern auch über dhb plus das ganze radio hier zu hören navigation das ist das navigationsgerät was original verbaut ist in diesem in diesem gerät sozusagen ja da glaube ich brauche ich eigentlich gar nicht so viel zu erzählen wir haben ganz normales navigationsgerät ich glaube die basis ist hier nicht mich noch überlegen wie waren die basis ja die blenden wir ein was die navigations basis ist man hat halt hier die normalen funktionen wie auch verkehr also das heißt verkehrsumfahrung so weiter ist ja auch mit drin ist soweit echt gut kann man auch dazu nichts nichts meckern und was man natürlich hier beim weinsberg pepac oder beziehung cara compact pepper natürlich noch dabei hat ist drei jahre karten update mit oben kommt man immer wieder zurück man kann natürlich auch dementsprechend so ein paar funktionen benutzen was hier in diesem fahrzeug auch verbaut ist ist eine kamera ich weiß allerdings nicht ob sie funktioniert gerade nicht da muss muss ich dann die zündung an machen das können wir mal ganz zum schluss machen weil danach natürlich das radio wieder ausgeht wenn ich die zündung ausmache genau so gehen wir mal wieder auf oben zurück oder kamera aus was war das ja oben zurück so dann ja ich sag mal telefon geht einmal über apple carplay da kann man drüber telefonieren als auch über bluetooth also eine bluetooth anbindung sowie die musik über bluetooth ist ja auch möglich wer also kein carplay hat ist das halt auch kein problem beim carplay müssen wir noch was dazu sagen ich kann da ja mal schon mal drauf gehen wir haben hier rechts der muss ja schwenkt mal die kamera wir haben hier rechts noch eine usb dose eingebaut es gibt zwei usb anschlüsse an dem radio auf der hinterseite das ganze könnt ihr in einem unserer videos sehen wo wir wo es da um die technik geht wo wir das dementsprechend ja wie soll ich sagen nachgerüstet haben wir haben zwei usb dosen das eine ist eine usb dose die vordere die ist für carplay geeignet die andere ist nicht für carplay geeignet aber sie kann laden das ist halt für den beifahrer ja schon sehr interessant ja also das heißt nachgerüstet werden muss auf jeden fall die usb dose kostet nur so um die 15 euro haben wir glaube ich bei dem großen a bezahlt und dann kam die auch relativ zügig und konnten wir die dementsprechend nachrüsten ja die funktion von carplay ich denke das brauche ich auch nicht großartig erklären alle apps die natürlich in in diesem ganzen system mit bei sind funktionieren auch dementsprechend auch messenger dienste wie whatsapp was man vielleicht auch noch ein paar andere sachen hat kommt halt darauf an ja also im prinzip das übliche carplay was man über carplay natürlich auch machen kann ist navigieren das nutzen wir halt sehr gerne aus dem einfachen grund weil wir auch darüber unsere also über unsere apps die stellplätze aussuchen und wir das direkt dort übersenden können in die dementsprechende app sei es nun kartenmaterial von apple oder kartenmaterial von google geht genauso ist also auch gar kein problem ja dann haben wir genau auf digitales radio steht es jetzt auch man sieht dann im prinzip immer welche quelle da dabei ausgewählt ist telefon ist halt auch dementsprechend mit drin man kann dann dementsprechend auch die nummer einfach wählen oder halt aus sein telefonbuch zugreifen voicemail ist da dementsprechend auch möglich wenn man mit carplay verbunden ist wird auch automatisch das menü von carplay einge einge angezeigt sozusagen also das heißt man kommt direkt dorthin ja was haben wir dabei noch av eingänge und so weiter haben wir jetzt hier glaube ich gar nicht so großartig aber wenn man hier so mal gucken kann was es hier so alles noch gibt also sogar sozusagen kamerasystem gut das haben wir natürlich also das sind halt noch mal die die ganzen funktionen die man hier auch noch mal direkt auswählen kann ipod funktion geht natürlich genauso was man auch an dem radio hat ist ein aux allerdings musste auch dieses kabel verbaut werden das ist also nicht serienmäßig jetzt hier irgendwo rausgelegt wurden oder in irgendeine buchse eingebaut wurden sondern das muss halt dementsprechend gelegt werden ja dann haben wir noch ein paar einstellungen also hier oben ist natürlich klar wir sind die uhrzeit und auch dementsprechend dass das datum und was wir hier noch haben sind die einstellungen hier lassen sich diverse sachen anpassen wie zum beispiel erstmal motive und so weiter beleuchtung und uhrzeit natürlich hintergrund farben bilder und was auch immer die lautstärken dann haben wir da drunter noch die eingänge die wir jetzt sozusagen hier so ein bisschen einstellen können auch dementsprechend dvd was hier in diesem fahrzeug nicht verbaut ist die bluetooth einstellungen ganz unten noch ja das ist also alles standard auch updates kann man dementsprechend dort hier durchführen updates müssen auch mit usb stick gemacht werden also das heißt ein usb stick muss man dann dementsprechend auch verbauen so dann unter den normalen einstellungen ganz unten gibt es natürlich auch systeminformationen wo man auch updates machen kann von diesem system oder was ganz oben weiß jetzt gerade auf anhieb nicht doch ganz unten müsste das drin sein ansonsten navigationsbezogen ab der einstellung kamera einstellungen da kann man glaube ich auch dementsprechend sagen welche also hier linien zum beispiel wenn man die nicht möchte dann kann man die sich rausnehmen welches vielleicht hat man auch zwei dementsprechende eingänge von der kamera oder sowas dann kann man das auch dementsprechend hier auswählen genau und man kann sich dann auch dementsprechend wenn man öfter mal ich sag mal irgendwelche sachen braucht wie ich sag mal jetzt hier die die linien für die park für das parken für das parksystem dann kann man hier vorne gleich das stern drücken und beim stern dann ist dementsprechend auch in den favoriten sofort das mit drin und man kommt halt dementsprechend schnell dazu ja rückfahrkamera können wir noch mal einmal gucken starte jetzt einfach mal den wagen beziehungsweise macht die zündung an und dann würde ich sagen gehen wir mal auf home und darunter hatten wir dann die kamera rechts genau und da ist dann dementsprechend auch das videosignal genau parklinien haben wir gerade gesagt können wir ausschalten das heißt ich gehe wieder auf diesen knopf von der kamera dann gehe ich also auf home war ich ja genau auf die einstellungen dementsprechend auf die favoriten habe ich mir gerade gespeichert und dann sage ich ausschalten dann gehen wir wieder zurück auf die kamera und dementsprechend sind auf einmal die parklinien auch weg wem sie stören der kann sie sich weg machen wenn sie nicht stören der kann sie sich halt auch dementsprechend einblenden das finde ich persönlich ganz nett und die lassen sich auch einstellen genau ich schalte jetzt in dem fall hier wieder ein weil ich glaube dass der fahrer von diesem fahrzeug das gerne hätte wenn das doch so ist wie es normal war ja ansonsten sind wir eigentlich schon im großen und ganzen durch also die funktionen sind relativ vielfältig das radio kann man auch mal später nachrüsten oder ich sag mal austauschen wenn man es unbedingt möchte oder so gibt es dort auch noch verschiedene erweiterungsmöglichkeiten für dieses radio das ist halt auch alles gar kein problem und für einen relativ guten kurs was wir jetzt so mal im internet mal erforscht haben gibt es auch dieses radio schon das war jetzt viel technik die euch stefan da erklärt hat aber man glaubt gar nicht so ein kleines radio und viel zu erklären und wenn man sich überlegt stefan ist nicht ins detail gegangen grob angerissen also also falls ihr tatsächlich ein ganz detailliertes video haben wollt dann könnt ihr uns gerne mal eine mail schicken und dann überlegen und so weiteres machen was er aber gar nicht gesagt hat bei den ganzen was er da schon erzählt hat ist dass das navigationsgerät sogar die campingplätze war ja denn ich bin jetzt schon mal navigationsgerät drinne und gehe jetzt auf sonderziele und dann gibt es zum beispiel parkplätze restaurant und übernachtung und bei übernachtung haben wir zum beispiel entsprechende sachen lieber kennen hier gehen wir mal essen aber jetzt kommen wir mal zu denen es gibt zum beispiel auch die campingplätze und wenn man darauf alle kann man also geht man nur welche daten man haben will ob das ist die datenbank hier genau bortatlas wir michelin et cetera und wie gesagt hier hat man verschiedene wie gesagt hier hat man den campingplatz irensee da wollten sollte der campingplatz eigentlich dieser wagen mal hin aber aufgrund von corona hat sich das erst mal erledigt ja und wie gesagt könnte man ziel erwähnen hier kann man noch sagen ob faire erlaubt ist mautgebühren also das kann man alles wunderbar in diesem navigationsgerät einstellen das wollte ich mal noch gesagt haben und zwar ist das noch ein head-up display das sda hua 100 das ganze ja ist hier vorne verbaut ist sozusagen ja hier in diesem cara kompakt von weinsberg der edition pepper mit drin wir können hier die ja wie man schon sieht die kilometergeschwindigkeit dort uns anzeigen lassen aber auch die nächste abbiege funktion sage ich mal also das heißt wenn jetzt wenn wir jetzt rechts fahren müssen laut navigationsgerät wird das dann dementsprechend hier auch mit angezeigt wenn der wagen eine schilder erkennung und kamerasystem hat dann werden sogar die ich sag mal ja die führungslinien das heißt dass man dementsprechend in der in der fahrbahn bleibt angezeigt dass es dann unter dem der tempel der geschwindigkeit so jetzt haben was und auf der linken seite sind dann zwei zeichen oder mehrere zeichen für die schilder erkennung das heißt geschwindigkeit vielleicht überholverbot je nachdem was man dort dann dementsprechend an vorgaben für die verkehrszeichen hat ja und zum head-up display habe ich auch noch was zu sagen wir haben das jetzt mal bei einer probefahrt ausprobiert bezüglich der feile die wir ja schon mal berichtet haben in dem radio für die navigation also beim navigationsgerät was es ja eigentlich ist funktioniert das einwandfrei da werden alle entfernung und so weiter die auch im head-up display angezeigt aber wo es nicht funktioniert ist leider bei apple carplay die frage ist braucht man so da braucht man es nicht ich für meine wenigkeit würde entscheiden dass ich sage ich habe da ein schönes großes display und das reicht mir auf jeden fall aus also brauche ich es nicht so meine lieben das war schon wieder von diesem technik video es ging einmal um das pionier abeg evo 1 und um das pionier sda hu 100 head-up display also viel technik ist hier verbaut und wir müssen sagen wir sind vom pionier richtig begeistert also wir kennen es ja aus einem anderen fahrzeug falls unsere videos kennt wisst ihr was wir normalerweise fahren ja das kann das navi unserer meinung mal weitaus mehr für viel weniger geld also wir sind damit echt zufrieden seid ihr damit zufrieden habt ihr das fahrt dieses navigationsgerät dieses multimedia gerät dann schreibt doch gerne mal in die kommentare würde uns interessieren ob ihr da auch ob ihr das gut findet habt ihr probleme damit wir wenn ihr problem habt wie konnte euch helfen würde uns alles interessieren und dann würde ich sagen war es das schon von diesem video von unseren kreuzfahrt camper weil konzert bulli passt ja nicht so ganz wir sind ja im weinsberg wenn euch das video gefallen hat daumen hoch dann gerne teilt das video in gruppen für die weinsberg freunde dann abonniert doch gerne unseren kanal und dann sehen wir uns schon bald wieder bei einem neuen video hier auf unserem kanal kreuzfahrt bulli ciao ciao kreuzfahrt kreuzfahrt ok so Bis zum nächsten Mal.